grüßi servus und hallo swiss hier wir sind mal wieder mit der york spazieren gefahren und gucken uns erstmal an was wir dafür verbesserungen eingebaut haben angefangen mit dem zielsystem mod 1 dann wie üblich bei mir die beiden steuergetriebe dann gibt es noch den rumpf und das ziel auswahlsystem mod 2 und gesteuert wurde in diesem fall die york vom herrn günther lüthiens assistiert von den damen voltimer und takau mit der basisfähigkeit durchschlagend dann haben wir genial volle kraft voraus raussteckgeschwindigkeit steuerbar und vollständig verpackt und schadenstechnisch und auch sonst ist uns da wirklich eine coole runde gelungen und wie die gelaufen ist das gucken wir uns jetzt an bis gleich so da sind wir also im gefecht und das ist take 6 mit nachvertonung weil ich jedes mal irgendwo einen fehler wieder loslass also der sechste versuch vielleicht bringt es ja der so wir fahren die york auf agil brauchen wir auch denn wir möchten uns ja mit unseren gegnern kräftig anlegen und da sollten wir der eine oder anderen salve ausweichen können müssen sollen tun sonst sind wir relativ schnell wieder weg im gegnerischen team erwarten uns eine ships mascher eine nürnberg eine dallas neweimar fidschi andrea doria california king george und eine serow hinter uns würde theoretisch ein schlachtschiff stehen das aber still schweigend still schweigt der macht gar nichts also zumindest nicht für uns somit fahren wir mal alleine richtung c und ja es ist schön mal ein paar kreuzer dabei zu haben in meisten spielen sind es ein zwei maximal und der rest sind schlachtschiffe und zerstörer zerstörer wie zerstörer je nachdem kann das sogar noch ganz lustig sein aber natürlich nicht schlachtschiffe also wenn ich als kreuzer zerstörer sie jagen muss und dahinter warten drei schiffe mit 9 bis 12 rohren keine ahnung wie viel kaliber millimeter soll der zerstörer zerstörer sein und ich habe das häufig genug erlebt dass ich mir auf die zerstörer gestürzt habe und mein team hintendran gesagt hat auch support or ne du die kiste ist frisch lackiert will kein kratzer haben und ne mach mal alleine und dann seid ihr weg ihr kriegt vielleicht den zerstörer raus aber dann kommen da was weiß ich jetzt irgendwas unschönes die sagen natürlich einmal hallo und dann war es das ok aber nichts desto trotz mein spielstil ist offensiv und wenn es klappt gibt es schöne runden und wenn es nicht klappt gibt es kurze runden mehr varianten gibt es nicht so auf die weimar haben wir leider ein bisserle kurz vorgehalten dementsprechend gehen wir auf und da ist das begrüßungskomitee in form der nürnberg der california und später erscheint da auch noch eine dallas also wegdrehen denn allzu viel von den gastgeschenken wollen wir dann doch nicht entgegennehmen aber wir wissen was uns erwartet so jetzt hat man zwei varianten die eine variante ist zu sagen vier gegen ein ganz miese quote er fordere unterstützung an das ist das ist schon bald nur pro forma also dass das hat gar nichts mit der realität zu tun ich kann ja seltene antwort und b selten hilfe also den meisten fähl ich da alleine also wir haben zwei varianten wir gehen oder wir nehmen den kampf auf also was soll ich tun ich habe schon mal erklärt auf der seite auf der ich spawne bleibe ich ich probiere es cap einzunehmen wenn das nicht geht probiere es zu verteidigen wenn das nicht geht probiere ich zeit zu schinden bis ich verstärkung kriege oder ich sterbe beim versuch flucht ist keine option dementsprechend ist die antwort gegeben wir gehen wieder zurück aber wenn möglich nicht unbedingt solange die kelly da mit mischt denn dies mit abstand das dümmste was uns da passieren kann also wir drehen mal um denn die california fährt da in unsere richtung und dann habe ich mir gedacht komm das wäre doch jetzt mal das wäre doch jetzt mal ein gag da rechnen die noch nicht mit dass eine einzelne york zurückkommt sich mit drei kreuzern an licht gucken wir mal ob die damit rechnen und gucken wir mal ob was hinkriegen hauptsache ist die kelly fährt weiter entgegengesetzt unserer richtung bis jetzt macht es das finde ich schön so wichtig bei dieser übung ist oben links eure erkennbarkeit im auge behalten das heißt sobald die kelly aufgeht müssen wir dafür sorgen dass die erkennbarkeit nicht unterschritten wird denn sonst macht die dame uns auf das wollen wir nicht die nürnberg ist da so die kelly fährt richtig wunderbar bis jetzt funktioniert der plan also ne weimar ne dallas ne nürnberg wir müssen die ja gar nicht alle rausnehmen wir müssen die nur davon überzeugen nicht auf 10 zu gehen ne cap verteidigen gut die kelly fährt jetzt drauf aber das macht ja nichts wir wollen jetzt erstmal uns um diese drei kreuzerlein kümmern so die dallas steht dahinter der ecke bis jetzt geht unser plan wunderbar auf wir sind gleich so hinter der insel verpackt dass die kelly uns nichts böses kann aber natürlich werden wir irgendwann aufgehen denn wir wissen ja nicht wo die weimar und die die nürnberg ist die 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 nürnberg es ist schon ein kreuz mit der sprache so die dallas fährt also dahinter berg das ist gut die kelly ist out of sight sehr gut oder zumindest gleich jawohl gut das ist immer gut kann man gut manövrieren wenn man steht also ich habe für mich entschieden die dallas muss weg denn dies mit zu feuerintensiv so wir gehen auf ist klar wir unterschreiten unsere unsere erkennbarkeit das heißt die dallas ist jetzt schon mal viel näher aha da ist die weimar also salve raus auf die nürnberg rechts von uns ist die dallas dann gucken wir mal was wir jetzt machen die kelly kann uns nicht aber das war ein schöner hit und jetzt geht es natürlich los jetzt kommt he zu fliegen das einem schwindelig wird so die dallas steht da auch die beschäftigen wir jetzt auch mal eine runde das ist die weimar gewesen und die nürnberg ja und die decken uns jetzt ein aber und die nürnberg dreht ein das finde ich super wir haben da auch wieder ein inselchen das wir zu unserem vorteil nutzen können feuerlarm alles gut wir müssen nur aufpassen dass die kelly nicht wind von der sache kriegt das wäre doof aber wie gesagt ich will ja erstmal die dallas weg haben das ist eigentlich so mein erster und wichtigster dorn im fuß so die nürnberg kann jetzt schon mal nicht mehr auf uns schießen also zurück zum thema dallas ja jetzt brennen wir schon wieder feueralarm natürlich sieht man ja auch nicht dass man brennt das ist ja so ein unsichtbares feuer also dallas jetzt steht die da oder volle salve breit und rng sagt nö so nicht mein freund na vielen dank auch neuer versuch ne der war kacke weiß ich jetzt schon ach und wieder die nürnberg also denn halt so aufs oberdeck vielleicht hauen wir der noch ein paar weg und zu meiner überraschung genau zieht da raus also rng ist das ist ein kompensationsentscheid im fußball wird man das kompensationsentscheid nennen so also die weiber hat entschieden sie bleibt hinterm berg finde ich gut die nürnberg hat entschieden sie will weg das heißt für uns abbrechen warum wie überzeugen wir da außen nix ne wir haben ja gesagt wir verteidigen c also wir haben die nürnberg davon überzeugt zu gehen die weimar ist sich im klaren drüber dass sie nicht kommen sollte äh die dallas haben wir nach hause geschickt haben wir nur noch die kelly da irgendwo rumschwimmen und äh also was heißt nur noch aber wir lassen uns von der nürnberg nicht aus dem gefecht ziehen das ist eigentlich wichtig da brauchen wir natürlich glück bei der ganzen sache dass sie jetzt mit ap statt mit he schießt gott weiß warum aber so sei es ich bedanke mich recht herzlich an dieser stelle denn mit ap macht mir die nürnberg definitiv keine angst so also die kelly gegen die kelly haben wir mit der anzahl trefferpunkten nur die möglichkeit zu tor aber wir können sie nicht offensiv anfahren wir haben 6 km reichweite gut wir können sie nicht offensiv anfahren weil die hustet uns anders immer weg das wollen wir nicht also ähm ja entweder wäre sie rechts vorbeigekommen oder links in diesem fall sieht das so aus als wenn sie nach uns ausgesehen links zieht so jetzt muss ich kurz überlegen wie kann ich das mit den torpedos machen wenn ich die rechte torpedoseite nehme dann fahre ich aus der deckung raus und die kelly schießt mir auf die nase und dann bin ich weg also rechte torpedoseite keine option wo ist die linke her ne glaub's mir schützlich die rechte ist keine nein wir fahren viel zu weit raus kannst gleich wieder eindrehen genau so wir müssen die linke seite nehmen weil dann haben wir zumindest mal die nase hinterm berg unser popo guckt dann immer noch hinten raus aber das heißt ja nicht dass sie den trifft so also möglichst nah an den berg ran aber nur so nah dass wir dann noch dran vorbeikommen nicht hängen bleiben so jetzt muss unser aufklärer hoch denn wir müssen wissen wo die kelly ist und dafür müssen wir die kelly markieren rückwärts gang rein aber wenn wir hier so lange stehen bleiben bis sie in position ist dann wird das übel enden so jawohl distanz stimmt unter 6 km und jetzt ist es eine frage von millimetern definitiv äh stopp 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 komm torpedos raus torpedos raus und weg hier weg 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 nein macht sie nicht so also jetzt heißt es Däumchen drücken ob die torpedos treffen ich hab's im Normalfall nicht so mit torpedos ja nun warten wir ab das kann sich immer schnell ändern wir fahren jetzt erstmal so weg dass der Berg uns Deckung gibt eins zwei drei vier zweimal Wassereinbruch dann warten wir jetzt nur noch aufs Glöckchen wir warten aufs Glöckchen dass es macht Pling ja und wieder sagt RNG äh kein Pling die hat noch genau so viel Leben dass sie weiter schwimmen kann oh Leute na gut also HE rein denn müssen wir und da wir agil sind können wir sogar in der Salve ausweichen aber allzu viel wird da auch nicht gehen so jetzt hoffen wir dass sie nicht allzu früh aufgeht jawohl Salve raus ihre Salve kommt auch und jetzt heißt es B nie die 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 ja gut nochmal eine ach komm geh wir auf Nummer sicher zweite auch noch und weg ist sie sehr schön genau so California weg der Weg zu C ist frei also fahren wir zu C ja wir haben zwar ordentlich eingesteckt aber wir haben auch schön ausgeteilt 69.700 bis hierhin das ist okay zwei Schiffe rausgenommen das ist absolut okay haben wir gut gemacht oder sagen wir mal so das Ziel erreicht ist ja keiner auf C gefahren ja wir wissen die Nürnberg dümpelt da noch irgendwo rum eine Fidschi schleicht auch noch irgendwo durch die Gegend die Weimar ist noch irgendwo aber soll jetzt nicht unser Problem sein und jetzt sehe ich irgendwer steht auf C und denkt mir so Mann das kann die Weimar nicht sein die war vorhin 20 Kilometer weg die Nürnberg wäre mir auch vor die Flinte gelaufen was zum Geier steht jetzt auf C Geh mal gucken Ha der Fluchtzeugträger ja denn AP und RNG kompensiert jetzt alles was vorher schief ging aber wirklich alles jeder Schuss eine Zita herrlich und somit ist die Seerauf nach kurzer Zeit Geschichte sehr schön das haben wir wohl dummerweise hat er noch eine Staffel in der Luft das ist blöd ist eine Torpedostaffel ja was heißt blöd ne also die Bombenstaffel wäre mir noch weniger lieb also nicht auf C Popo wieder bewegen zu sie dass wir uns das Torpedoteil nicht einfangen irgendwas hat er ins Wasser geschmissen aber ich glaube nicht so dass er uns ne ne alles gut also auf geht's zu C nächster Anlauf ja jetzt sind noch zwei gegnerische Schiffe übrig 800 zu was 200 führen wir das ist schon ganz ordentlich und trotzdem wollte ich für meine Mühe mich zumindest mal einmal auf C platzieren ja dass ich sagen kann so hab ich verteidigt darf ich jetzt drauf fahren also fahren wir dahin und wie wir da so hinfahren sehen wir ne Fitchi und die ist ziemlich gut genährt ganz im Ernst 6600 Trefferpunkte kein Bock auf Theater mit der Fitchi weil der ihre AP die ist richtig fies und ne das wäre dann hätten wir uns den den ganzen Arbeitsaufwand sparen können ähm wir fahren jetzt okay wir schießen einmal auf sie ja Gott der Typ wir fahren jetzt auf C die Uhr tickt schon runter wir haben gewonnen wir haben unsere Seite schön bearbeitet erfolgreich bearbeitet werden's Cap zwar nicht einnehmen aber wir fahren zumindest drauf und ich nehm's vorne weg mit der Fitchi passiert nicht viel hab ich gar keinen Bock drauf hab mich mit der jetzt groß anzulegen knapp 110.000 Punkte gemacht drei Schiffchen versenkt Cap besetzt ich bin zufrieden und das war's dann auch schon zum Video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst doch ein Like nen netten Kommentar oder im besten Fall sogar ein Abo da und ansonsten wünsche ich euch wie immer alles Liebe alles Gute bleibt gesund und munter und wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Video macht's alle gut euer Swiss Ich bin zufrieden in der Kommentare die nächste Woche ich bin zufrieden und ich bin zufrieden ich bin zufrieden von der K勵st